Die Margareteninsel liegt in der Mitte der Donau, die das Gebiet zwischen der Margaretenbrücke im Süden und der Arpadbrücke im Norden umfasst. Die Insel ist größtenteils von Landschaftsparks bedeckt und ist ein beliebtes Erholungsgebiet. Seine mittelalterlichen Ruinen erinnern an seine Bedeutung im Mittelalter als religiöses Zentrum. Im 14. Jahrhundert wurde die Insel Insula Leporum, Insel der Kaninchen, genannt. Aber sie wurde nach König Bela der Viertestochter, Sankt Margarets, benannt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017